Manchmal verschießt, da ist einfach doch Angst, Mark. So, den habe ich erfolgreich getötet. Wir holen einfach mal meinen Titan, schnell, schnell, schnell. Kann man, kann man nicht erfolgreich töten? Oh nein, vierfache Rakete. Es kommt, er hat noch einen von hinten. Nur weil er es gerne mag, so von hinten zu kommen. Okay, meinen Titan. Sechs Sekunden hat er noch das Schutzschild. Schnell, schnell, schnell. Er meint das in 18 Sekunden. Er ist fett, leckt mich am Arsch. Hey, was geht? Wir spielen Titanfall. Mit mir meine ich, Jan-Christoph und ich? Ja, ich konnte noch eine Burncard einsetzen. Ich nicht, motherfucker. Ich war schon im Sprung. Wir spielen Material Schlacht. Ja, ich spiele die Schrot wieder. Ich bin hinter der Wasserbomber. Nee, er heißt Water Tom. Nicht Wasserbomber. Water Watt. Bist du? Ja. Du bist, äh, scheiße. Ich bin auch tot. Da bist du. Ja, ja, ja. Ich bin hinter dir übrigens. Und dann können wir einfach mal weiter... Ja, weitermachen. So, wir sollten mal ein paar Piloten finden und ein paar Spektre. Und die sind noch mal ein bisschen... Wir spielen Material Schlacht, oder? Yo, 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 motherfucker. Ja. Irgendwie hab ich gerade jetzt heute motherfucker voll drin, aber gut. Nein. Äh, war das simpel? War es du gerade? Ja. Und du bist gerade voll weggeflogen. Ja, natürlich. So. Adios, Bert. Okay. Da hinten sind keine motherfuckers, der Kreis. Deine mehr, motherfucker. Da hinten ist... Ja, perfekt. Ich liebe den Toten und Scheüler. Haka, ahaka. Haka, achaka. Haka, achaka. Hakschja, Kama. Nein, 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 nein. Nein, du bist tot. Das sah so scheiße aus. Ich würd's... Ich hätt's gern mal gesehen. Ha znse, ey. Ich hab... Oh, komm. Komm, du kleine Ficker. Sollten hol ich mir da oben. Boah, ich bin echt schlecht geworden in der Rucksackladung, weißt du? Ja, das war auch schon mal besser. Boah. Danke. So, wo haben wir hier Gegner? Das kann ich dir auch nicht unbedingt sagen. Scheiße, das ist ein Funtier-Titan. Nio. Okay. Was? Von wo war ich? Oh. Hä? Manchmal verschießt du einfach überhaupt nicht, von wo du angehütet wirst. Manchmal verschießt das einfach durch Angst, Mark. So, den hab ich erfolgreich getötet. Wir holen einfach mal meinen Titan. Schnee, schnee, schnee. Kann man nicht erfolgreich töten? Oh nein, vierfacher Kete. Es kommt, der hat noch einen von hinten. Nur weil er gerne mag, so von hinten zu kommen. Okay, meinen Titan. Sechs Sekunden hat er noch das Schutzschild. Schnell, schnell, schnell. Der meint, das sind 18 Sekunden. Und es verleckt mich am Arsch. Okay. Ja, ist ganz weit, dass du einen Ogre abgeschossen hast. Aber das interessiert mich nicht. Ich hab einen Ogre abgeschossen? Das sagt dir doch immer hier. Dieser Sprecher. Ja. Okay. Der sagte gerade so, oh, ich hab einen Ogre abgeschossen. Also ich muss ja ganz ehrlich mal was sagen. Was wollte ich sagen? Scheiße, ich hab's vergessen. Oh, Nukias. Ja, das ist immer so. Unterhaltend voll an sich eigentlich auch ist, ne? Langsam. Mach's irgendwie keinen Spaß mehr. Aber wir machen natürlich weiter. Eigentlich macht's ja noch Spaß. Also, das ist vollkommen für den Arsch hin, ne? Aber es hat langsam, finde ich... What the fuck, die Explosion. Es hat nicht mehr den Reiz, den man am Anfang hatte. Es hat nicht mehr den Reiz, genau. Deswegen, liebe Leute. Soll ich ansagen, was da noch kommt? Ich mach's einfach. Ne, ansagen müsst ihr euch überraschen lassen. Da konnten noch... Ich mach's trotzdem. Es kommen noch ein paar coole Spiele, äh... Und zwar... Im November... Ich sag's jetzt einfach, okay? Okay, sag schon mal einen Klassiker. Im November am 15. Ich glaube, der 15. Assassin's Creed Black Flag. Das ist keine Ansage. Black Flag heißt das nicht. Bei uns seht ihr... Äh, Unity. Tut mir leid. Deswegen hast du so gelacht, ey. Ja, natürlich hab ich so gelacht. Bei uns wird es... Assassin's Creed Unity geben. Ganz frisch, vorm Hof. Wir werden das... Erstmal... Haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann angesagt. Machen's erst mal so. Wow. Ey, leck mich doch, oder? Wir werden's erst mal so machen, ähm... Es gibt ja diese Elf-Koop-Missionen, die... Wie auch immer, aber gut. Die, ähm... Jeweils ne Länge von 40 Minuten haben sollen. Die werden wir erstmal durchficken, so richtig hart. Und da wir nicht so die Mega-Pro sind, zumindest ja auch schon nicht. Werden wir ganz sicher auch mehr als 40 Minuten pro Mission brauchen. Und dazu werden wir Parallel... Und sollten wir danach noch irgendeinen Reiz finden, dieses Spiel weiterzuspielen. Oh, ich seh nichts nach. Fuck, 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 fuck. Wir werden wahrscheinlich das ganze Parallel nach dem Singleplayer spielen. Ja. Und... Das müssen wir auch nochmal genauer besprechen, was wir genau machen. Das sind ja zwei Unterschiede. Und da wär's an sich auch... Ohhhh... Scheiße. Machst du's richtig jetzt mal aufs Zocken. Ja. An sich wär's ja auch gar nicht so schlecht. Wenn wir wahr, ähm... Beide aufnehmen, ne? Weil du kannst ja auch verschiedene Wege geben, ne? Um das eine zu schaffen, muss ein Teil der andere irgendwas machen. Und... Ja. Da muss... Nein. Äh, und... Dann könnte man's ja machen, dass wir beide aufnehmen. Und... Dann irgendwie an bestimmten Stellen oder komplett oder irgendwie was vielleicht machen. Halt, wie gesagt, dass wir beide aufnehmen. Dass ihr dann beide Ansichten sehen könnt. Für die Leute, die es interessiert. Und ihr könnt auch schon mal in den Kommentaren schreiben. Würde euch das denn überhaupt interessieren? Weil es ist natürlich auch... Eine ganz schöne Arbeit, weil so... Zock mal, ich sag mal, einfach mit. Und der andere schneidet's dann. Oder eben nicht. Oder, ne? Und ihr müsst einfach mal schreiben. Würde sich dieser Wehaufwand für euch lohnen? Also hättet ihr überhaupt Interesse daran, beide Ansichten zu sehen? Das wüssten wir gerne einmal von euch. Und in diesem längeren Roman, ja. Weil das nicht hier erstmal das Spiel fällt. Ja, das ist sehr, sehr toll. Dass ich auch nochmal in dieser Folge sehen kann. Das ist... Der Sprechanteil ist genauso wie hier bei... Hier heißt es Terminator 1. Wo er... Wo der Terminator maximal... Der hatte, glaube ich, nur... Drei, vier Sätze oder so. Und die wurden dann noch synchronisiert. Weil es in Englisch so schlecht war. Von hier, Arnold Schwarzenegger. Aber egal. Der Runde ist auch gleich vorbei. Ja. Oh. Okay, wir sind besiegt. Scheiße. Wo geht's? Scheiße. Ich bin fast tot hier. Ich bin nämlich gar nicht toll. Okay. Oh. Das Schiff kommt erst in... 30 Sekunden. Diese 30... Weißt du, diese 30 Sekunden, die du da überbrücken musst, ne? Sind zum Teil ein so enormes Problem. Wenn die noch nicht draufkommt, sie... Ne? Müsste. Guckst am Arsch. Deswegen geh ich einfach so ein bisschen... Klammheimlich ums Gebäude rum. Da oben, hey? Okay. Wie soll ich denn da hochkommen, ey? Meinen Titan hab ich geholt, aber... Egal. Oh. 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 Meinen Titan. Nee. Oh. Kacke. Von der anderen Seite hat er nicht rüber... Oh. Das wird ganz knapp. Das wird ganz knapp. Ja. Hab ich weggesniped. Äh. Ich guck dir schnell mal zu. Ah. Das schaffst du nicht. Was steigst du denn da unten aus, so Missgeburt? Ey. Das schaffst du nicht. So. Ab in deinen Titan. Vielleicht überlegst du es. Oder so halt. Kleine. Ja. Ja. Also. Was sie mal auch ganz gut machen, wenn man Titan früh genug hat. Dann kann man sich mal hinstellen. Was ist das Scheißwunde? Unter dir das Schiff. Und dann durch den, äh... Ja. Schleudersitz, ne? Ey. Das wär nochmal cool, wenn man hier, wie heißt es... Ah ja, scheiß. Die Wand da. Jetzt gibt es deinen Schleudersitz. Ich hab es einfach E gedrückt. Wie kann man den Schleudersitz eigentlich aktivieren? Geht das eigentlich... Stimmt. Das ist... Ja, weil dann fliegst du halt nach oben. Und von oben kannst du dann schnell in dein Schiff rein. Scheiße, Mann. Ich hab's vergessen. Wir sind immer noch Neulinge. Auch nach 123 Folgen. Genau. Ist das hier auch so. Und ja. Dann denke ich einfach mal... Moment, Moment, Moment. Hier steht jetzt, das ist meine Waffe. Raketensalve. 1,2 mal 5 Stunden folgende Waffe benutzt. Raketensalve. Ist jetzt die Zeit für... Bei mir hatte oder wie ich sie wirklich aktiv benutzt habe. Also, wie du sie aktiv benutzt hast. Boah. Also, wie ich sie wirklich ausgelöst habe. Ich weiß nicht. Also, egal. Kann auch sein, dass du die Waffe benutzt hast. Also, meinst du die Schussschüsse so oft. Ist egal. Also, wenn du geschossen hast, wenn du dann benutzt. In 7 Sekunden beginnt die nächste Runde und wir verabschieden uns einfach und haut da rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das noise, ey? Das noise, ey?